Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Backup-Video! Was geht, Leute? Was geht? Leute, lasst ein Like da und lasst es da oben, dann werdet euch, wenn die Videos gefallen, das wäre mega nice! Und Leute, wir sind mal einfach, denn der will mir was zeigen heute! Was geht, Bro? Ende, komm endlich! Hä, was willst du mir zeigen? Einfach räumst du eine Tür mit deinem kleinen Raum! Leute, ich habe einfach eine Maschine bestellt und die ist endlich der! Na, aber was macht die, Mann? Was wird da passieren, wenn wir da reingehen? Was richtig krass ist? Bist du bereit? Ja, weil ich bin sowas von bereit, ich mach die Tür auf, so! Bist du bereit, Alfa? Natürlich, lass reingehen! Drei, zwei, eins, let's go! Ende! Wow, Alfa! Was geht, Mann? Oha, wo ist die da gelandet? Ich habe nur ein Herz, hau ab, bitte! Hä, was? Ich habe auch ein Herz, Mann, warum habe ich nur noch ein Herz? Das kann doch gar nicht wahr sein! Ey, ich komme jetzt ins Schwert und mach dich fertig! Hä, was? Du kommst ins Schwert? Dein Ernst, Alfa? Chill doch, bitte! Alfa, das kann nicht dein Ernst sein, Mann! Doch, Mann! Warte, ich brauche auch ganz schnell ein Schwert! Leute, ich habe ein Herz, Mann, und du hast auch nur ein Herz! Warte, dann boxe ich dich doch einfach bitte! Hä, ich brauche doch kein Schwert, Mann, ich boxe hier mit der Faust weg! Ah, das kann gar nicht wahr sein! Na, Alter, komm her, Alfa, ich boxe dich, Mann! Ich habe nicht... Oha, ey, ich habe ein halbes Herz, chill, 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 chill! Alfa, Bro, bitte, bitte, bitte! Oha, warte, du kraftest Ernst, auf was? Komm her, Mann, jetzt habe ich ins Herz! Nein, Alfa, bitte, ich habe ein halbes Herz, Mann! Ist mega, Mensch! Nein, Alfa, ich habe ein halbes Herz! Oha, dein ist, glaube ich, ein Village, Mann! Ich muss das sehen! Nein, 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 bitte, ich brauche was zu essen, dass ich bei deinem Herz regeneriere, Mann! So, warte! Wow, bringt dir nichts! Leute, ich muss aufpassen, ich darf kein Voll-Damage bekommen, so! Äh, guck mal, wer hinter dir ist! Nein, warte auf, Alfa, bitte, chill! Chill, 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 Mann, chill! Oha, der verfolgt mich halt ernsthaft weiter! So, ich begleiche dein Village! Und let's go! Ah, wo bist du? Du Ressin! Warte mal, da vorne ist was! Meine Heuballen, geh weg! Hey, da kann ich mir Brot draus craften, Mann, ey! Oha, warte mal, und batz! Und so, komm her, Alfa! Und ciao! Nice, Mann, ich hab dich besiegt! Hast du immer noch nur ein Herz, Alfa? Ja! Was, als ob, Mann? So, warte, ich brauche schon ein Crafting-Table, was geht? Dass ich wenigstens mal eines Herz regeneriere, ey, das ist so wenig einfach! Viel zu wenig! Ja, da müssen wir schnell was dran ändern, Leute, da ist mir schnell was craften, was ist das für ein verschickter Modus, Mann? Ich hab echt keine Ahnung, was hier abgeht, Leute, warum wir so wenig haben! Aber es muss doch irgendein Weg gehen, wie wir dann wieder mehr Herz bekommen, oder? Keine Ahnung, wir müssen doch herausfinden! Ja, warte mal! Hä? Was ich erst... Leute, ich hab grad Brot gegessen, Alfa! Und ich hab einfach ein Herz dazu bekommen, ich schwör's! Hä? Wie ein Herz dazu bekommen als Abend? Ja, Mann, ehrlich, wirklich! Warte, erst mal ein Stück Brot! Ja, ich kann doch nicht, ich muss ein bisschen warten, ich muss ein bisschen rumlaufen! Ich hab ein halbes Herz, Mann! Ein halbes? Ja! Bro, chill! Okay, Bro, bitte, nicht boxen, okay? Ich hab eine Siegbaden! Hä? Das war nur Spaß, das war auch gar keine Absicht! Okay! Jetzt isst dein Brot, Mann, schau mal, was bei dir auch passiert! Los, Alfa, isst dein Brot und schau mal, was passiert, Mann! Blam, 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 blam! Hä? Ich hab jetzt auch zwei Herzen! Ja, Mann! Lama ist jetzt, nice, Mann! Mann, warte mal, aber, Alfa, safe ist es so in dem Spielmodus, dass wir Herzen dazu bekommen, wenn wir neues Essen finden! Oh, nein, was gibt's denn auch im Dorf? Vielleicht Karotten oder so? Ja, wir müssen alles Mögliche finden, was wir essen könnten! Oder Kartoffeln! Ja, Mann, damit wir neue Herzen dazu bekommen haben, dann hättest du weins! Ey, wir brauchen was Neues, Villager! Bitte, Leute! Ja, ich hab so Hunger, Mann! Oh, warte mal! Oh, Äpfel beim Baum, kannst du holen! Ja, stimmt, oder da vorne, da ist ein Kürbis, damit könnt ihr so... Mann, das ist viel zu oft, wenn ich einen Kürbiskuchen mache, oder? Oh, das ist richtig schwer! Ja, aber ich versuche jetzt erst mal einen Apfel zu bekommen! Bitte, 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 ich brauche einen Apfel, bitte, drop deiner, damit ich was Neues zu essen habe, damit ich mehr Herzen bekomme! Mann, der droppt einfach keinen Apfel! Jetzt hab ich endlich so einen, einfach, ich esse einen Apfel, Mann! Als ob nur einen, komm, ich will nicht mal rein! Mann, Mann, ich hab mehr Herzen zu bekommen, ich schreibe nach hier, ich hab schon vier Stimmen! Wie? Ja, ich hab schon vier Herzen, Alter! Was geht? Dann haben wir noch zwei! Was? Nur zwei Stück? Ernsthaft? Ja! Dann lass uns schnell was zu essen suchen! Warte, besorg du dir einen Apfel! Und ich besorge mir, wenn du auch was anderes zu fuhren! Wie wär's mit? Ich muss mal schauen, was es hier so gibt in der Oberwelt, was ich hier noch essen kann! Diese Beeren! Ja, stimmt, die Beeren! Ja, die Beeren! Ja, die Apfel, endlich! Was, echt? Ich hab wieder Hunger, ich bin voll nicht regeneriert, Mann! Ich brauch was zu futtern, Leute! Was gibt's hier denn leckeres noch? Oh, da vorne ist eine Kuh! Oh, das tut mir jetzt leid, Mann! Meine Kuh! Und da sind auch Schafe, warte mal! Oh, hast du dir den Apfel schon gegönnt, Alpha? Noch nicht, ich hab noch keinen Hunger, aber gleich! Oha, warte mal, jetzt hab ich hier Beef und ich esse das! Leute, wir können doch auch noch das Beef braten, das ist ja auch noch anderes Essen, oder? Oh, stimmt! Ja, aber nehmt immer noch ein Fleisch mit, dass wir jedes Fleisch schon mal braten können! Leute, wir brauchen einfach unterschiedliche Essenseitungen! So, let's go! Hier sind Schafe, alle meine! Hey, warte, da vorne ist es, ich brauch auch noch eins! Oh, das tut mir leid, kleine Schafe! Und zack, ich brauch noch ein zweites, was ich braten könnte, damit ich dann noch mehr Herz bekomme! So, ich kann den Apfel essen, let's go! Jetzt hab ich vier, jetzt! Nice, Mann! So, warte mal! Und? Oha, mein Schwänz kaputt gegangen! Und ich hab zwei Schafsfleisch! Ich gönne jetzt das Rohr! Und ich... Oha, Alpha! Meine Herzen haben sich verdoppelt, Mann! Also, warte ich jetzt auch? Meine auch! Ich hab jetzt auch acht Stück! Junge, ich hab mehr! Ich hab fast zwei Bars voll auf einmal! Jetzt esse ich nochmal und zack! Jetzt hab ich 16! Ja, ich hab auch so viele, Mann! Wir brauchen schnell einen Ofen zum Brunzel, Alpha! Wir brauchen Cobblestone! Aber wir stellen Stein, Leute, für einen Ofen, damit wir alles braten können, um so mehr Herzen zu bekommen! Alter, bis wie viele Herzen geht denn das? Weiß ich nicht! Ich hab echt keinen Plan! Junge, wie heftig! So, ich hab einen Ofen jetzt gleich! Ich hab schon einen! Und? Rein mit dem Fleisch! Hab schon gegessen! Oha, ich hab richtig viele Herzen! Ja, aber nicht warte! Ich hab gleich auch noch mehr Herzen! Und das erste ist fertig! So, jetzt koche ich das zweite! Und? Ich hab 32 Herzen! Leute, ich jetzt auch! Mann, wie krass! 32 Stück an der Zahl! Und ich kann nochmal essen! Boah, ich jetzt auch! Warte, ich hab jetzt den... Oh nein, ich brauch jetzt wieder Hunger! Aber Leute, während wir Hunger haben, begeben wir uns einfach auf die Suche nach dem nächsten Essen! Let's go! Oh, ich hab wieder Hunger! Und ich esse das! Und? Ich auch! Boah, warte mal! Wie viele sind das schon? 64! Was? 64 Stück? Das ist ja mega krass! Einfach, weißt du, was du nicht probiert habe? Ich hab Schweinefleisch! Yeah! Boah, warte, jetzt hab ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon gegessen habe, aber nee, du nicht! Aber warte, wenn ich dasselbe esse, krieg ich dann eigentlich auch Herz dazu! Ich esse nochmal Brot und... Hä, ich krieg keine! Hä, ich krieg ihn auch hier nur nochmal, aber ich bekomme keine ganz neuen Herz dazu! Lol, als ob! Wir müssen echt die ganze Zeit neues Essen finden! Ja, Mann, warte mal, was gibt's hier auf den Feldern? Oh, Kartoffeln und Möhren! Ja, Mann! Hier, was geht's? Kartoffeln kann man auch braten! Ja, stimmt! Oh, du bist schlau... Und da vorne ist ein Schweini, das brauch ich auch noch! Ach, Leute, weil ich muss doch Schweinefleisch essen, aber komm, ich hab schon richtig viel! Boah, warte mal! So, ich geh mir das kurz mal so... Oh, Leute, wir haben schon so viele Herz! Ja, Digga, ja! Und da vorne ist ein Pilzbaum! Ich glaube, ich hab schon 128 oder sogar schon 200! Ja, Mann, ich halt so! Warte, da vorne sind rote Pilze! Eine Pilzsuppe wäre auch noch eine Lösung! Hüßu! So, warte, Alfa, jetzt kann ich ganz die Neues essen! Und zwar, erst mal eine normale Kartoffel... Und let's go! Ich hab viel mehr Herz bekommen! Dann esse ich eine Karotte! Und ich hab noch mal mehr Herz bekommen! Und jetzt kommt die Pilzsuppe! Äh, ich glaube, ich hab schon das Maximum erreicht! Nein, mein ganzer Pilzschirm ist voll, Alter! Warte, ich muss noch mein Zeug braten! Hast du dein Uf dabei? Ja, hier sind sogar zwei! Danke, Bro! So, ich brate jetzt noch das Schweinchenfleisch! Ich brate dich! Hey, dein Kalender-Saison, bitte! Oha, Alter! Vielleicht dauert es, bis ich die Ernst voll gerackt hätte! Ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen Hunger bekommen! So, ich springe in meinem Kreis rum! Und ich gömme jetzt das normale Schweinefleisch! Und ich glaube, ich bin auch schon fast am Maximum, oder? Ich bin schon, ich kriege keine Neuen mehr! So, ich schaue jetzt mal, ob ich noch Werbe kommen kann! Was geht, Mann? Und? Jetzt habe ich gleich mehr Hunger! Und, warte, ich probiere es! Drei, zwei, eins, und let's go! Ich glaube, ich bin auch am Maximum, aber wie viel sind das? Weiß nicht richtig viel! Warte mal, ich mache mal kurz Difficulty 0! Oh, wie lange dauert das hier ein bisschen herzenfreundlich? Das ist ja voll langsam! Ist so richtig lang! Das ist ein Regeneration 2-Trag, dauert das ja mega lange! Leute, gebt euch zusammen mein halber Bildschirm, ist die Zwei-Weiter-Volle voll mit Herzen! Aber, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefällt hat, lasst ein Like da, lasst ein Abon da, schaut bei allen vorbei, ein Link ist in der Videobeschreibung, bis zum nächsten Video und ciao! Okay!